Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Herdöpfel sind bekanntlich ausserordentlich vielseitig und darum in den Schweizer Haushaltungen auch nicht zufällig ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Eine Umfrage bei der Coop-Konsumentenschury hat bestätigt, dass fast bei der Hälfte der Haushaltungen drei- bis viermal pro Woche Herdöpfel auf den Tisch kommen, und zwar besonders oft in Form von Rösti. Wer hätte das gedacht? Bei weitem nicht alle Herdöpfel, die bei uns angebaut und geerntet werden, sind aber zum sofortigen Konsum bestimmt. Sorten wie die Elba lassen sich sehr gut lagern und zu vielseitigen Fertiggerichten verarbeiten. Fast alle Herdöpfel, die man für die Herstellung der Goldstar-Tiefkühlprodukte braucht, werden mit der Bahn transportiert. Eine erste Qualitätskontrolle stellt sicher, dass die Herdöpfel keine Schäden oder Füllnisse aufweisen und dass die Stärkunghaltung noch nicht ist. Dann geht's ab ins Lager, wo die Herdöpfel bei entsprechender Temperatur und Luftfeuchtigkeit so lange frisch bleiben, bis sie in Produktion kommen und zu den verschiedenen Goldstar-Spezialitäten verarbeitet werden. Ähnlich wie in einer Bäckerei werden die Herdöpfel und die verschiedenen weiteren Zutaten zu einem Teig gemischt. Hier nehmen die beliebte Pomme-Duchesse-Form an und kommen anschliessend in der Frittöse auch noch eine gesunde Farbe über. Tiefgekühlt bleiben die Goldstar-Herdöpfel mehr als drei Monate lang absolut frisch und sind jederzeit auf Abruf bereit. Das Rüsten und das lange Kochen kann man sich ersparen und als knusprige Beilage zu fast allem sind sie im Handumkehren auf dem Tisch. Sie sehen, Herdöpfel sind viel abwechslungsreicher als viele meinen. Diese von Goldstar wachsen übrigens nur bei GOP. Was sie bei GOP auch noch bekommen, ist immer das neuste von den bekanntesten Marken. Zum Beispiel Organics. Das Shampoo, das die Haarwurzeln nährt. Neu. Organics. Das einzige Shampoo mit Glucasil. Einem natürlichen Haarnährstoff, der die Wurzel nährt. Die Lebensquelle für schönes Haar. Organics stärkt das Haar und schenkt ihm täglich mehr Kraft und Vitalität. Ihr Haar strahlt in voller Gesundheit und Schönheit. Organics. Das Shampoo, das die Haarwurzel nährt. Weiter geht's jetzt mit einer Neuheit, die Sie nur bei uns kaufen können. Dieser Burger schmeckt. Denn er ist aus Getreide und Gemüse. Am besten wird er mit Salat serviert, nachdem er 10 Minuten ohne Fett gebraten hat. Den Burger Vegetal gibt es in vier Sorten. Von Bär. Exklusiv bei GOP. Burger Vegetal. Ist stark und macht stark. Ob Sie mit dem Rezept aus dem Kochstudio auch gross und stark werden? Das müssten Sie schon selber ausprobieren. Gefüllte Rande aus dem Ofen mit Hirsoto ist der heutige Vorschlag vom Kochstudio zum Thema Leichte Köche. Für die Hirsoto. Zwiebeln und 1-2 Knobelichzechen lassen. Goldhirsen kurz mitdämpfen, mit Bouillon ablöschen und bei pflegentlichem Rühren 15-20 Minuten leicht köcheln. Während dieser Zeit die Rande schellen und übers Kreuzier viermal nicht ganz bis runter einschneiden, dass es acht Fächer gibt. So. Dann die Rande innen und aussen mit Pfeffer und Salz würzen und in eine flache Gratinform nebeneinander stellen. In die Rande kommt jetzt eine Füllung aus Joghurt und saurem Halbrahm, wo ich mit gehacktem Peterli und Schnittlauch an einem geraffelten Apfel, Meerrettich und weiteren Gewürz vermischt habe. Jetzt kommt die Gratinform für 10-15 Minuten im vorgeheizten Ofen. Dann können Sie die beiden Rande zusammen mit dem Hirsoto anrichten. Wo Sie das Rezept nachschlagen können, wissen Sie, in der GOP-Zeitung dieser Woche. Ich wünsche viel Vergnügen. Preisvergleich sind zur Zeit en vogue. Auch wir von GOP sind der Meinung, dass sich Preisvergleich lohnt. Vergleichen Sie doch diese einmal. Alle GOP-Strumpfhosen sind jetzt 1 Franken günstiger. Die Avela Pratik kostet im Duo nur 3 Franken 50. Und der Greyerzer ist pro Kilo 4.50 günstiger. Für ein Kilo Greyerzer mild zahlen Sie also nur 15.30 Franken. Goldstar Pizza kommen Sie 3 Franken günstiger über. Zwei Stück, Gonfungi zum Beispiel, gibt es für 6 Franken. Vier Päckchen Gala Spaghetti kosten nur 3 Franken 90. Ausserdem offerieren wir Ihnen einen Jogging-Anzug für die Kids für 19 Franken und für die Juniors für 25 Franken. Und dann noch der GOP-Preisabschlag. Eine Dose Midi, Erbsli und Rüeble kosten von jetzt an nur noch 2,80. Und im GOP-Restaurant steht unter anderem ein gefüllter Boulet-Schenkel Florentinerart mit Herdöpfelgratin und Zucchetti für unglaubliche 9.90 Franken auf der Karte. Unglaubliche Angebote erwarten Sie auch beim Radio TV Steiner. Ein Sony-Fernsehapparat der neuesten Generation mit 71 cm Super-Trinitron-Farbbildröhren im Bildschirmformat 16 zu 9 kommen Sie zum Beispiel schon für 1.998 Franken rüber. Das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, waren wie immer ein paar Informationen über die neuesten GOP-Leistungen. Mehr davon sehen Sie natürlich, wenn Sie selbst in unseren Läden einkaufen. Am besten schon morgen. Auf Wiedersehen!